moin leute was geht hier ist wieder geist heute möchte ich euch zeigen wie die deadpool woche drei challenge findet den pümpel lösen könnt und zwar geht ihr auf battle pass geht ihr links offen agenten drauf leute dort geht ihr auf den zweiten drauf und wenn ihr dann drauf seid dann schauen wir uns kurz diese animation an kurz diesen kurzen clip auf jeden fall ist das ganz einfach so wie die ganzen anderen aufgaben vorher oben links leute sieht man den pümpel schon ganz oben links aber irgendwie kann ich da nicht drauf ich klicke einmal du musst einmal auf sie draufklicken geht einfach wieder zurück dann oben rechts den pümpel könnt ihr aufsammeln und das war es auch schon leute falls euch das video gefallen hat und ich euch helfen konnte dann lasst doch ein like da leute ein abo wenn nicht schlecht und ansonsten schreibt mir die kommentare was wollt ihr sehen was kann ich besser machen naja ciao